Essen Motor Show, was verbindet DEKRA mit dieser Messe? DEKRA ist in vielen Feldern unterstützend tätig. Es gibt Tune It Safe. Das ist eine Aktion, die viele Hersteller und auch wir begleiten und beraten. Wir wollen jungen Menschen helfen, dass sie sich sicher im Straßenverkehr bewegen. Da gibt es Aktionen, die nennen sich zum Beispiel Safety Check. Da bieten wir jungen Autofahrern an, an unseren 480 Lokationen in Deutschland, ihr Fahrzeug fortzuführen und sie darauf hinzuweisen, was muss gemacht werden. Die jungen Menschen haben meistens nicht das Geld für neue Fahrzeuge, also fahren sie ältere, womöglich mit Mängeln. Und das sind Aktionen, die wir unterstützen, dokumentieren und auch da Hilfestellung geben. Was sollte man besser nicht absägen? Man fragt vorher besser den Prüfingenieur, was kauft man sich, um sein Auto schöner und schneller zu machen. Gut, was können Sie den Jugendlichen heute mitgeben, was sie nicht machen sollten? Ja, wie ich gerade schon sagte, nicht drauf los schneiden, sägen, tiefer legen, sondern sich beraten, Qualität kaufen. Sonst gibt man sein Geld zweimal aus. Und ich kann nur empfehlen, bevor man etwas kauft, sich beraten zu lassen. Wir haben Broschüren dazu, wir sind auf der Internetseite vertreten, wo man sich dann, ich sag mal, über die Medien informieren kann, aber auch eben direkt vor Ort bei unseren Prüfingenieuren. Der Formel-1-Fahrer, hatten Sie eben, Nico Hülkenberg, der unterstützt diese Safety-Check-Aktion. Und ja, das sind Sachen, wo es dann natürlich auch uns wichtig ist, Sicherheit im Straßenverkehr, dafür steht DEGRA. Danke.